Hallo und herzlich willkommen bei der Headset Company. Mein Name ist Jens Bernhardt und heute mal eine kurze kleine Vorstellung zu der neuen ComHead-Headset-Serie. Kabelgebundene Headsets für normale Telefone, für den PC, überall dort, wo man professionell telefonieren möchte. Dafür sind diese Headsets geeignet. Wir haben zwei Geräte auf den Markt gebracht, und zwar einmal eine binaurale Lösung, also ein Headset, was beide Ohren bedeckt, und eine monaurale Lösung, die hat dann hier so eine Klammer auf der Seite, ein Headset, was nur ein Ohr bedeckt. Die binaurale Lösung nimmt man natürlich vor allem in lauteren Büros, dort wo man wirklich möchte, dass man sich voll und ganz auf seinen Gesprächspartner konzentrieren kann. Da macht so ein binaurales Headset Sinn. Es ist auch so, dass in dem Moment, wo man auf beiden Ohren seinen Gesprächspartner hört, sich wirklich besser konzentrieren kann, weil das Gehirn selber immer die dominierende Stimme wahrnimmt. Das heißt, Hintergrundgeräusche aus dem Büro werden ganz gut ausgeblendet. Apropos Hintergrundgeräusche. Beide Headsets haben ein sogenanntes Noise-Canceling-Mikrofon. Dieses Mikrofon filtert störende Umgebungsgeräusche heraus. Das heißt, wenn Sie also im Büro mit Ihrem Gesprächspartner telefonieren und Sie möchten nicht unbedingt, dass der Lärm, zum Beispiel Ihre Kollegen, die immer so laut schreien oder die Autos, die auf der Straße unterwegs sind, wenn Sie nicht möchten, dass dieser Lärm übertragen wird, dann nehmen Sie so ein Headset. Da wird zum größten Teil dieser Umgebungslärm gefiltert. Beide Headsets haben eine sogenannte Acoustic Shock Protection. Das heißt, ab einem bestimmten Lautstärke-Level bremst der Lautsprecher, bremst das Headset automatisch den Pegel runter. Das heißt, wenn Ihnen mal jemand böse gesinnt ist und schreit ihn ins Telefon oder Sie haben eine Faxleitung dran oder jemand pfeift ihn ins Telefon, beim Telefonhörer, den können Sie immer weglegen. Aber so ein Headset haben Sie auch. Und dann brauchen Sie ein Headset, was ja wirklich praktisch diesen Lautstärkepegel sofort runterbremst auf ein Maß, was verträglich ist. Das haben diese Headsets. Ja, vom Design her, ich setze es einfach mal aus. Das wäre jetzt die HM701-Variante. Sieht ganz stylisch aus. Ich komme mal ein bisschen in die Kamera, damit man sieht, wie das Ganze am Kopf aussieht. Ich kann das links oder rechts tragen. Das ist bei den Modellen egal. Also ich drehe dann einfach die Mikrofone um. Und dann habe ich es auf der anderen Seite. Ja, anders bei dem binauralen Modell. Da ist es natürlich so, gut, das ist in dem Moment egal, wie rum ich es trage. Wie gesagt, hier sind natürlich beide Ohren bedeckt. Ja, die liegen relativ dicht an. Die Polster ist sehr bequem. Aber auch da kann ich mir entscheiden, möchte ich das Mikrofon links oder möchte ich das Mikrofon rechts machen. Im Lieferumfang enthalten sind bei uns dann auch entsprechende Ersatzpolster. Das heißt, standardmäßig ist ein offenes Polster drauf. Wir liefern ein geschlossenes noch mit. Und wir liefern natürlich auch noch ein Kunstlederkissen mit. Das heißt, man kann sich selber entscheiden, welches Polster für mich eigentlich das bequemste ist. Und bei Bedarf natürlich auch noch als Ersatzteil dann nachbestellen. Der Anschluss erfolgt grundsätzlich am Telefon, am PC, am Decktelefon, gerne auch am Handy. Das heißt, Sie haben die freie Auswahl. Diese Headsets haben unten eine Schnelltrennkupplung dran. Und an diese Schnelltrennkupplung, ich zeige es mal hier mit einem entsprechenden Anschlusskabel für Telefone. So. An diese Schnelltrennkupplung adaptieren wir dann das Kabel mit dem entsprechenden Stecker für Ihr Telefon. Das heißt, wenn Sie ein Headset bei uns bestellen, das ist nicht nur bei den Modellen so, sondern auch bei anderen, wir müssen immer genau wissen, welches Telefon haben Sie bei sich im Einsatz. Dann bekommen Sie das richtige Anschlusskabel. Ja, in dem Moment ist es ja ein RJ45-Stecker für einige Siemens-Telefone. Davon gibt es tausend verschiedene. Ja, also wir können dieses Headset an 90% alle gängigen Telefone anpassen. Wie gesagt, auch an Handys oder gerne auch an den PC. Das wäre kein Problem. So. Optional dazu bieten wir auch noch im Bundle diesen Headset-Umschalter an. Das ist eine ganz witzige Sache. Ich halte ihn mal so ein bisschen in die Kamera. Ja. Der wird eingeschliffen zwischen Telefonhörer und Telefon. Das heißt, wenn Ihr Telefon keine eigene Headset-Schnittstelle hat und Sie sich fragen, Mensch, wo schließe ich da eigentlich das Headset an? Mit diesem Umschalter kann man das Headset zusätzlich zum normalen Telefonhörer anschließen. Ich kann hier über eine Taste dann wählen, möchte ich mit dem Telefonhörer telefonieren oder mit dem Headset. Mit einer anderen Taste kann man sein Mikrofon vom Headset stumm schalten. Ja, und optional kann man hier sogar auch noch Gespräche mitzeichnen. Das heißt, wenn man Gespräche hat, die man aus Protokollkunden aufzeichnen muss, dieses Gerät kann man am PC anschließen und über eine entsprechende Software bzw. bei Windows XP und Windows 7 gibt es einen Audio-Rekorder. Über diese Software kann man dann seine Telefonate ganz einfach mitzeichnen. Und so ein Kabel, das gibt es extra dazu. Das kostet, glaube ich, 10 Euro und dann ist das Ganze mit dem PC verbunden. Ja, so sieht es aus. Außerdem kann man auch noch ein Trainer-Headset anschließen, also ein Headset zum Mithören. Ja, und man kann sich dann auch entscheiden, soll das Mikrofon vom Trainer aus sein, soll das Mikrofon vom Trainer an sein, soll mein Mikrofon aus sein. Man kann hier mit einem Schiebeschalter praktisch wählen, welches Mikrofon an und welches aus ist. Okay, das optional, wie gesagt, die kleine Box, das ist die Box ComHead UB900. Damit kriegen Sie jedes Headset an jedes Telefon. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Wünsche haben zu der neuen ComHead-Serie, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail, wir helfen gerne weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, auf Wiedersehen. Zusehen, auf Wiedersehen.